Mein Name ist Matthias Schorn und ich bin Musikant. Ich spiele Klärnette. Das ist relativ einfach erklärt, weil der Papa auch Klärnette gespielt hat. Ich habe das als Kind beobachtet, wie der Amateur im besten Sinne, das heißt, er hat geliebt, was er getan hat. Er hat nicht davon gelebt, aber er hat es in seiner Freizeit gemacht. Und ich habe ihn dabei erlebt, wie er Sonntag für Sonntag musiziert hat bei uns im Dorf mit anderen zusammen. Volksmusik, Kirchenmusik, bei Festen gespielt hat. Und das hat mich als Kind fasziniert. Und ich wollte wieder Papa Klärnette spielen. Und so lag eines Tages eine Klärnette unterm Rissbaum. Ich glaube, man kann anfangen, wenn es passt. Also es ist auch, Kinder sind unterschiedlich groß. Die Hände von Kindern, die Fingern sind unterschiedlich lang. Und es gibt auch kleinere Klärnetten als die Klärnette, die ich hier habe. Ich habe tatsächlich mit dieser Klärnette angefangen, also mit einer Klärnette in dieser Größe. Aber man kann auch mit kleineren anfangen, mit einer C-Klärnette oder mit einer S-Klärnette. Wenn die Finger groß genug sind, so war es bei mir mit sieben, acht Jahren waren die Finger groß genug, da habe ich gleich mit der B-Klärnette angefangen. Und ich glaube, das ist ein super Alter. Also, wie gesagt, wenn man möchte, kann man eine kleinere am Anfang verwenden. Und wenn die Finger schon groß genug sind, dann gerne auch schon die B-Klärnette. Die Klärnette besteht ja hauptsächlich aus Holz, aus Grenadilholz. Das ist dieses schwarze Ebenholz. Aber das alleine macht noch keinen Ton. Ich brauche dazu eine ganz entscheidende Komponente. Und zwar, das ist das hier. Das ist ein Holzblatt. Und das muss man leicht befeuchten. Weil wenn ich dieses Holzblatt nicht auf die Klärnette draufgebe, dann kommt da nichts raus, außer heiße Luft. Dieses Blatt bringt erst die Luft, die ich da reinblase, in Schwingung. Und das ist, wie gesagt, auch aus Holz. Sieht ein bisschen aus wie so Eis am Stiel, nur ohne Eis. Und schmeckt auch so, nur ohne Eis. Und das kann ich hier auf das Mundstück draufgeben. Jetzt schraube ich es kurz. Fest. Und dann. Plötzlich entsteht da ein Ton. Und nicht nur das Blatt schwingt, die ganze Klärnette schwingt. Ich schwinge. Alles, was in diesem Raum ist, in dieser Werkstatt ist, alles schwingt. Und das ist eine Energie, ein Zauber. Der lohnt es sich, ihn mal auszuprobieren. Ja, da gibt es jetzt ganz viel, sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Gibt es ganz viele Klappen und Löcher drauf. Im Prinzip verwende ich alle meine zehn Finger. Und kann so durch die Bauart dieser Klärnette chromatisch spielen. Das heißt, alle zwölf Töne, die es gibt, in ganz vielen Oktaven. Und das Wunderschöne an meinem Instrument ist, dass es der menschlichen Stimme sehr nahe ist. Und vom Tonumfang her wirklich kaum wie ein anderes Instrument, von ganz tief bis ganz hoch ganz, ganz viele Oktaven abdeckt. Und ich kann ganz leise spielen, sodass man den Ton fast riechen muss und ihn kaum hört, sondern man muss ihn irgendwie entdecken, bis ich kann ganz schrecklich laut und spitzig spielen. Und das macht irgendwie total Spaß, diese ganze Bandbreite abzudecken. Sowohl das Klavier als auch ich können dieselben Töne spielen. Ja, genau. Ich kann eines nicht tun. Ich kann nicht, naja, wenn ich mich ganz, ganz bemühe, kann ich das auch. Aber ein Klavier kann relativ einfach mehrere Töne gleichzeitig spielen. Wenn er mit beiden Ellbogen aufs Klavier sich lehnt, kann er sozusagen wahrscheinlich 30 Töne gleichzeitig spielen. Ich kann eigentlich, und die Klanette ist eigentlich dafür gemacht, sozusagen einzelne Töne nacheinander zu spielen. Wenn ich mich ganz bemühe, dann kann ich schon zwei Töne auch gleichzeitig spielen. Das ist dann auch so ein bisschen ein magischer Klang. Ich versuche mal. Dann kann man sogar mit der Klanette, das nennt man dann Multiphonik, kann man sogar mehrere Töne gleichzeitig spielen. Aber normalerweise ist es eben so, dass ich einfach Töne nacheinander spiele und keine Harmonien spielen kann als Melodienstrument. Ja, ich darf ja ganz viel im Orchester spielen bei den Wiener Philharmonikern und ich genieße das wahnsinnig, einerseits Teil eines großen Ganzen zu sein, um mich da auch gut zuzuhören. Es ist auch eine Lebensschule. Was machen die anderen? Wie passt man gut dazu? Wo ist man wichtiger? Wo ist man weniger wichtig? Und in den Momenten, wo es dann kleine Solostellen gibt, wo ich mich über vielleicht 40, 50 Streicher, Kontrabässe, Jelly, Bratschen, Geigen, wo ich mich da drüber, im wahrsten Sinne des Wortes, drüberlegen darf mit meinem Klanettenklang, da ist es dann durchaus auch mal gefragt, solistisch zu spielen und wirklich im besten Sinne zu singen auch mit meinem Instrument und mich da in gewissen Passagen als Solist präsentieren zu dürfen. Und das ist natürlich wunderschön und gerade in Verbindung mit anderen Instrumenten, eben mit Streichinstrumenten, aber auch mit den Bläser-Kolleginnen und Kollegen ist das eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung. Die Klanette ist ja vergleichsweise jung. Also wenn man von einer Flöte spricht, die haben in der Steinzeit schon Flöten gebastelt aus Knochen und haben darauf gespielt. Die Klanette in der Form ist im Gegensatz dazu wahnsinnig ein junges Instrument. Es ist circa 300 Jahre alt. Das heißt, so ungefähr ab Wolfgang Amadeus Mozart, ein bisschen früher, kam die Klanette dann so richtig zum Einsatz, auch in den Symphonien und in der Orchesterliteratur als Solo-Instrument, als Kammermusik-Instrument und dann natürlich auch in der Volksmusik, in der Popularmusik bis hin zum Jazz, bis hin zu Pop-Songs. Also verglichen mit einer Flöte, mit einer Harfe und deren Vorgängern ist das ein relativ junges Instrument. Aufgewachsen bin ich mit ganz einfachen alpenländischen Melodien, die ich mit meinem Papa dann gemeinsam gespielt habe, ein Ländler zum Beispiel. So was. Und mittlerweile bin ich Mitglied der Wiener Philharmonika und da spielen wir klassische Musik und eines der romantischsten Stücke von Robert Schumann, die Kinderszenen, kann ich vielleicht ganz kurz aus den Kinderszenen anspielen, die Träumerei. Musik Musik Amen. Und die Verbindung zwischen diesen zwei Stilen ist für mich zum Beispiel jemand wie Bela Bartok. Bela Bartok hat in Ungarn gelebt und es gibt ja nicht nur Volksmusik im Alpenraum, sondern auf der ganzen Welt, auch in Osteuropa. Und Bela Bartok hat diese Volksmusik wahnsinnig genau studiert und dann für seine klassischen Werke verwendet. Zum Beispiel für den rumänischen Volkstanz. Oder was ich auch ganz gerne spiele, ist irgendwie wilde, gefährliche Sachen, weiß ich nicht. Zum Beispiel aus dem Jazz, den Wildcat Blues, den wilden Katzen Blues. Das ist doch geil. Einfach die Vielfältigkeit. Man kann alles machen. Man kann alles machen. Freiheit. . Was soll auf dem piace. Man kann alles machen. Man kann alleouchen, sondern man kann alleouchen. Man kann alles machen. Wir kämpfst uns immer da sein. Man kann alles machen. Jan sack. Wer geht. Man kann alles machen. Vielen Dank.